und ein herzliches willkommen bei der nächsten episode von monster hunter world wir haben jetzt die nächste große aufgabe schauen wie wir das überleben ich habe meine ich habe versucht ein bisschen was zu verbessern aber das heißt das wird ein schwieriges let's play ich bin nicht mehr so in übung wie ich dachte eigentlich leider ich brauche leben auch das glaube ich nehmen wir chef koch gericht ok dann gehen wir mal schön in den fight bist du bereit nichts kann uns aufhalten ist das das jetzt ja komm und ich würde drauf setzen ein gutschein dass wir das schaffen probieren wir einfach mal oder was sagt ihr schaffen wir das glaube ich auch schiff ist ganz viele schiff ist da das gibt kratze im rumpf wieder halt holzwand ich verstehe es nicht gehen wir den einsatz durch die unterirdischen kanäle die der sura magdauers benutzt gehen ziemlich tief hinunter wir haben einen versuch ihn hier umzulenken wenn er auftaucht wenn wir ihn entkommen lassen ist er für immer außer reichweite und deswegen hole ich die großen waffen raus großen waffen den größten zahnstocher den wir haben das ist der drachenspeer wie soll das damit wehren wir den sura ab und lenken ihn auf die offene see das ziel wird uns mit voller wucht treffen ihr müsst ihn also weich klopfen und auf distanz halten seid unnachgiebig habt ihr verstanden jeder und sich der wachikang gezogen ist sterb nicht mein schneemann und ich der gesamte einsatz hängt davon ab ob ihr das hinkriegt ich zähle auf euch ja herr stufe raus melde dich wenn der nerr gigante im anmarsch ist der sura kommt bewegung nutzt alles was euch zur verfügung steht ich will überall augen haben kämpft mit courage und köpfchen jäger wir müssen den sura magdauers schwächen gebt alles wenn ihr auf seinem rücken seid verstöre die kerne um ihn zu schwächen oder lasse ein paar vor den stalaktiten auf ihn fallen ok da das würde ich aufpassen mit schießpulver präpariert benutze deine schleuder um sie zu sprengen du schaffst das ok das wird spannend und ich habe irgendwie die falsche waffe dafür du bist auf dem panzer des sora zerstören die magma kerne um den sora magdauers zu schwächen der erfolg des ganzen einsatzes hängt davon ab ob wir schaffen das monster genug zu schwächen magma kerne gefunden ok 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 ja wie ich da ein rotes jahr Ah, genau rein Das kann ein bisschen dauern Oh, ich sollte rollen Ah, ich wollte gerade hoch springen Ich bin so wirklich tot Okay, was ist das? Ja, steh mal auf, bitte Okay Ja, ist schon gut Ah, okay Ich bin es nicht gewohnt, so wenig Schaden zu machen Ich glaube, ich habe die falsche Waffe dafür Das ist eindeutig die falsche Waffe dafür Ausrüstung, äh, da Ja, komm Mach, soll ich in den Überstock einen Bogen nehmen Ja, komm, egal Hey, Partnerin Das war halt richtig doof von mir Was sind das für Stöße? Macht weiter, bis er nachgibt Wir können nicht zulassen, dass er seine Energie freisetzt So What? What? Du bist ohnmächtig? Von was denn? Ausgezeichnet Was, äh, äh, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Das muss ich danach anschauen Sind die Pinder bereit? Bereit zum Einsatz, Alter Mann Oder bin ich jetzt wirklich One-Shot gewesen? Magma Kern zerstört Gute Arbeit Suche den nächsten Magma Kern Irgendetwas passiert mit dem Panzer Was ist das? Was ist das? Wirklich ein Panzer habe ich bekommen So Hier geht es ja nicht direkt ums Monster töten Ops Ops In Ordnung Binder bereit Jetzt Feuer Das Ziel wurde gebändigt Der Sommer nach der Rost bewegt sich nicht mehr So, komm Was? Moment Haltet euch bereit Der Nährgigante ist hier Ha, natürlich ist er das Jäger, haltet euch bereit zum Abmach So, gut Der Nährgigante Da oben auf dem Panzer Los Ich habe es gerade richtig verschissen alles Gerade Wir brauchen ein bisschen Drachenerz Für bessere Rüstung Dass wir nehmen alles mit Was wir finden Kann diese Mission eigentlich schief gehen? Normal schon, aber Ich mache es mir halt aber auch nicht einfach Ja Auf den Nährgigante Ich will dort die Dinger runterschießen Ich hoffe ich schaffe das jetzt noch Geht das auch? Nein Das hier aber Oh, das geht ins nichts Oh, okay Da habe ich wohl Übel reingeschissen Und das auch So Okay Okay, Bro Wie ich halt instant tot bin War das früher schon so Dass man One-Hit-isch So gefühlt Hat man One-Hit kassiert Danach ist man One-Hit Ist Ist dann natürlich Nicht One-Hit Aber Wow Ich habe es vergeigt Ich glaube es nicht Okay, ich spiele das jetzt mit der Standardrüstung Ich meine, so kriegt es Ich verstehe es gerade nicht Ich war es nur bei meinem ersten Start In World Ich habe Ich habe den richtig fertig gemacht Was da jetzt gerade abgeht Keine Ahnung Was an meiner Rüstung ist so schlecht Ja, okay Ausrüstung ändern Ja Ja Da 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 Okay Jetzt kann ich nicht mehr verlieren Aber Das will ich aber eigentlich auch so nicht So spielen Ich glaube Ich muss echt Mal wieder ein bisschen Mehr reinschauen Ich habe das jetzt echt vergeigt Alter Das macht jetzt dann gleich richtig Bock Alter Ich habe es vergeigt Okay Jetzt aber Was habe ich jetzt gemacht Zerstöre die Magma-Kerne Um den Sora Magdaros zu schwächen Der Erfolg des ganzen Einsatzes Ja Der Erfolg des ganzen Einsatzes Ich habe es richtig vergeigt Magma-Kern gefunden Ach was Das ist Schaden Ja Ich fühle mich jetzt aber irgendwie auch ein bisschen dreckig Dass ich das so mache Und bumm hin Ich schaffe Ah Noch ein Schuss Los, los Los, los Okay Hast du Kaputt Magma-Kern zerstört Gute Arbeit Suche den nächsten Magma-Kern Irgendetwas passiert mit dem Panzer Der Magma-Fluss verändert sich So Schön draufhalten Okay Gut Okay Was ist okay Junge Nicht Natürlich nicht Wenn das Beste rauskommt Was gibt's So Gute Arbeit Suche nach Einem weiteren Magma-Kern Sein Panzer Es geht wieder los Achte auf das Magma Es verändert sich So das magma verändert sich ist rot ist einfach nur rot ich glaube ich muss ein bisschen geld zusammen sparen aber war das damals schon so grimy ja ist halt sehr gut passiert das game aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern wie das damals war sorry leute sie hier so ein bisschen verwundert bin gerade weil die hunden haben mit meinem alten spielstand jetzt wieder mal gespielt und die manche einfach richtig fertig gemacht dass ich jetzt kaum vorwärts kommen ich finde ein bisschen so ich bin auch mal auf meinem anderen spielstand ganz von alten ganz andere waffen nach vorne das ist mir ziemlich scheißegal ich will hier zuerst das abbauen uiuiui pass auf passt du auf ausgezeichnet jetzt wird es zeit ihn zu zähmen jäger bleibt auf euren positionen sind die bänder bereit bereit zum einsatz alter mann bänder ja so kleine bänder werden ihn aufhalten das geht nicht okay ich dachte ich komme so hoch ok noch eins da vorne das kriege ich ja war in ordnung wenn du bereit bänder ja seitdem ist der hier jetzt feuer das ziel wurde gemendigt der sora magteros bewegt sich hier voll auf den kopf gut was moment haltet euch bereit der nergigante ist hier natürlich ist er das jäger haltet euch bereit zum abfang ja nergigante ok dich machen wir jetzt fertig das war der einzige gegner der mir damals je probleme gemacht hat beim anfang bis hier herausgefunden hat dass ich dynamit verwenden kann auch ok ja Konzentriert euch. Ihr müsst in der Gigante davonjagen. Ich höre weg. Okay. Der Zora Magdaus fängt an, sich aufzubäumen. Die Nebeln noch ein bisschen. Es liegt an euch. Ihr müsst in der Gigante davonjagen. Okay. Ne, Gigante. Verschwinde. Natürlich. Genau rein. Okay. Ich sterbe. Nicht nicht gleich. Natürlich. Natürlich trete ich da rein. Das Monster lasse ich nicht durchsetzen. Lasst euch von eurem Mut gleiten. Los, mach schon. Du schaffst das. Autsch. Autsch. Wie soll man sowas überleben? Muss man da schon so extrem brinden? Das war's. Gut. okay wir haben es geschafft ein problem um das wir uns nicht mehr kümmern müssen selbst den einsatz vor ich bin schon dabei so gut natürlich kommt hier extrem lavamäßig raus jetzt geht er gleich wieder an oder schnell und ich bin stehe hier gut ok perfekt ja hier noch ein teil ist hier nicht unten auch erz zum abbauen hier leider das game gibt mir gerade richtig neue vibes und auch ein bisschen bock nicht falsch verstehen wenn ich jetzt hier so ein bisschen rum rage das macht ja das game so aus also vom spaß her ist ja auch nicht verzweifelnd ich sehe noch irgendwo so ein klotz klotz die klotz klotz zum abbauen ich glaube auf dieser seite das letzte gefecht beginnt nein es ist mir egal was es kostet hier noch hier ist doch noch irgendwo es gibt keine zweite chance alles ist verloren wenn der sora die barriere durchbricht das ist mir schon klar dass wir dann alle tot sind na gut hier drüben ok halte nicht zurück ok wo ist unsere katze eigentlich kommt schon näher so dicke unsere katze ist da drüben wird schon vollgeladen so rahmenvoll in die fresse lukas danke warm voll in die fresse lukas hier da hinten feuert der schneemann was ist jetzt mit ihm los er lädt nach gut ups voll in die fresse so fertig ja die eine kriegste da kriegst du auch noch lukas du machst das hier und ich mach das hier schnell alles was du hast so ja jetzt kannst du alle nicht schießen das ist mir schon klar ok das sieht schon süß aus oder lukas da feuer frei ok aber ich gehe jetzt mal da rüber zielt er gleich richtig ja und let's go hier runter hier müsste auch alles voll sein los los so halte nicht zurück ok alles schön rüber schieben so dass wir ja alles treffen das war glaube ich zu weit oder das geht schon ja schneller schneller jungs und mädels wir müssen den zora aufhalten nein er greift schon wieder an ey komm junge hör auf so feuer junge hör auf feuer junge so ok wir ziehen den hebel jetzt wird gestochert ok das war glaube ich falsch was ich gemacht habe da feiern wo ist mein drachensperr klingt wie ein schlechter das ist ein langes ding ein hei 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 boah wo ist der schwimmen der godzilla Wo ist meine Katze? Nein, ist es nicht. Was hast du eigentlich getan? Ach, Luft wird sich arm. Ja. Ja? Ah. Ich dachte damals, jetzt ist Monster Hunter vorbei. Das ist durchgespielt worden. Großvater? Ja? Ja, ich dachte da wirklich, es ist vorbei. Oder weil ist das ja nur der Anfang? Oh. Er ist auch ein cooler Typ. Ja. Okay. Geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Hey, wo bist du? Ja, ich bin hier. Mach klar Schiff! Ja? Lass mich dir das beste Zeug zeigen. Ah. Äh. Ware kaufen. Hm. Ja. 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 Danke. Gut. Äh. Ist jetzt noch irgendwas offen hier? Gehen wir in die Schmiede. Können wir jetzt bessere Rüstung bauen? Weil da kenne ich mich dann ein bisschen besser aus. Weil wir haben ja immer noch die Level 1 Rüstungen. Also die erste Stufe, was man freischaltet. Ach nein. Ich habe neue Ware reinbekommen. Ja, aber was soll das für neue Ware sein? Toll. Interessiert mich überhaupt nicht. So. Ausrüstung schmieden. Ja. Rüstung. Die Rüstung? Ja. Die ist einfach nicht besser als die. Hm. Und hier ist auch noch gar nicht die Mykologie-Maske. Hier fehlt halt alles, gefühlt. Talismane kann ich. Ich kann im Prinzip nichts machen. Gut. Es gibt ein paar Talismane. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Monster Hunter World. Lasst ein Like da und ein Abo. Und vielleicht ein Feedback. Würde mich freuen. Ciao, ciao. Hab euch lieb. Auf Ведь algo. Ich bin. Ich bin. Ich bin.